Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben den kleinen Abstocher hier in den Niederlanden und befinden uns hier am Rüthen-Ahr-Kanal und hier gibt es eine besondere Beförderungsmöglichkeit, wie man auf einfache Art und Weise über den Kanal kommen kann. Und zwar diese Kabelbahn hier. Und wir holen jetzt mal das Gerät hier an Land und dann wollen wir mal sehen, wie wir da auf die andere Kanalseite kommen. Gummie! 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 Als wenn ihr mal die Tür zu machen könntet. Früher noch einen Kanal fällt mir kaputt. Jo, das geht von alleine. Ja, bis zur Mitte geht's alleine. Geil. Das hat Spaß. Da hast du recht. So. Und jetzt Gummi, los hier. Ich hab mal Lust mehr, ich hab's stehen. Da dreht sich hier ein Wolf. Das kannst du mal sagen, der dreht durch am Ekel. Wir gucken den Ziel her. Und wir sind schon gleich da. Geht mal einrasten und ausrasten. So, ich muss ihn wieder festhalten, damit du aussteigen kannst. Und dann? Wolltest du dich da raus? Nö, wieder zurück. Nö, jetzt bleib ich. Na gut, dann steigen wir hier erst mal aus. Keine Ahnung. So. Jetzt lass ich los und wünsche einen schönen Dach. Was ist denn nämlich hier? Aber was ist denn hier irgendwie? Weiß nicht, hier ist glaube ich nichts. So. Jetzt lassen wir die los. Jetzt dümpelt die ganz alleine hier. Bis zur Mitte hin hier. Aber toll gemacht. Ja, super Sache, ne? Ja. Witzig vor allem. Ja klar. Auf so die Ideen können, können nur Holländer kommen. Was ist denn hier? Komm los hier! Abmarsch! Das ist echt, das ist echt eine gute Idee. Ja. So, wieder zurückholen. Ja, der Kollege da dreht und dreht und dreht und dreht am Rad. So, ich werde schon mal wieder einsteigen. Jetzt geht es wieder retour. Ja, der muss doch schon fast zu weit sein. Alleine beim Einsteigen, dann haut hier das Ding nachher womöglich ab. Ja, 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 ja. Alleine ist wieder schwierig. Und macht die Tür zu, ja? Ja, gut, wenn du meinst. Ja. So. Okay, so. Dann machen wir mal wieder. Und jetzt geht es wieder. Uiuiuiui. Zurück. Dann darf man jetzt mal alleine fahren. Ouh, der Schocken. Oh, ich bin quer seekrank. Aiaiaiaiai. Dann verwackeln die Bilder. Ja. Und er geht wieder alles hier. Wenn du das einfach 30 mal gemacht hast, dann weißt du, was du getan hast. So, es bleibt bestehen. Aber so eine wunderschöne Gegend hier. Herrlich. Ruhig abgelegen. Und auf so eine Idee musst du erst mal kommen. Ja. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, was du weintest. Lass mir jetzt das mal gleich wieder ein. Und ich lasse gleich aus. Und angekommen. Dann steigen wir aus. Ich halte fest. Ja. Ein bisschen enge hier drin. Ja. So. Das ist einfach gleich, wo ich mich lossehe. So, ich habe mich halt. Ich habe doch. Jetzt loslassen, nehmen wir ein Bein mit. So. Aber ist echt, ne? Für die Idee? Ja. So. Jetzt rollst du wieder zurück. Richtung Mitte Kanal. Da kann man schön wandern und dann hier noch einen kleinen Spaß haben. Ja. Ja. Aber warst auch ein dickes Kabel sein. Ja, du weißt ja nicht, ne? Wird zwei Fundierer drinne. So, und damit verabschiede ich mich hier vom Rüthen-A-Kanal. Kollege Droht. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann, ihr wisst, abonnieren, kommentieren und Daumen drücken. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist schon die Tour für... Das ist schon die Tour für... Danke. 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 Danke.